Huhu, da bin ich wieder. Ich weiß, es guckt mir eh keiner zu. Also führe ich hier Selbstgespräche. Nein. Abweg ist draußen, habt ihr mir vom letzten Mal schon gehört. Leider nur ein... Ich wurde unterbrochen beim Spiel, deswegen nur ein... kurzes Handlungsstopp-Video. Aber jetzt gehen wir in den Warp. Nein, wir gehen auf ein Flaggschiff der... Psyonica? Psyonica. Ja. Leider kenne ich mich mit dem Chaos nicht so aus, deswegen könnte ich euch jetzt weiterhelfen. Ich bin halt so nicht so der Menschenspieler. Aber? Ach. So. Level neu starten. Machen wir es so. Das ist doch bestimmt besser. Da wurde ich nämlich unterbrochen. Aber wir beginnen nochmal von vorne. La 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 la. Chaosgott und ihre dämonischen Diener. Hm, 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 hm. Da wurde ich hier in der Tür. Hm, hm. Abonade, SILB purgerstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hab da jetzt nicht so die Böcke drauf. So, erstmal Munition hier. So, und dann Huhu! Huhu! Ah, klopft natürlich nicht. Wer war das? Ist das der Zioniker? Wir werden sehen. Wo kam der auf einmal weg eigentlich? So, da waren wir eben. Herrlich, nehmen wir. Ah, das ist der Schild. Was ist das für ein Schild? Ich frage mich, wo sie wegkommt. Wie mache ich das denn aus? Wo muss ich da gar nicht lang? Und lebt er noch? Wo komme ich da denn durch? Brauche ich das Kettenschwert? Macht das so viel Luft? Ah, egal. Ich hab das Kettenschwert. Habe ich ihm doch glatt in den Arm abgeschossen. Schwerter sind super. Schwerter sind super. Schwerter sind super. Was, wer? So, was machen wir? Okay. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo Munition. Ich brauche Munition. Wird das hier keine verdammte Munition? Wann ist er denn gestorben? Ja. Ach du meine Güte, was ist das? Das ist das. Jede, ich konnte euch nicht achten. Du bist ja nicht. Jede, ich bin ja nicht. Und dann normal. Jetzt haben wir geschrieben. Ich bin ja nicht gelungen. Und dann muss ich das gefangen. Ja, das ist das sehr. Was? Hä? Wie bin ich jetzt gestorben? Den Move verstehe ich jetzt gerade nicht, sorry. Ach, ich verstehe es jetzt. Natürlich, ich muss ja die Schutzschild aufbauen, hätte ich mir auch was sagen können. Wo ist eigentlich meine Energie? 270 ist doch eigentlich noch gut. Verstehe ich echt nicht. Hä? Stand ich jetzt im Feuer oder was? Ehrlich jetzt? Naja, das Video wird ein bisschen länger. Ich denke das jetzt schon, bis ich das verstehe. Naja, ich weiß. Ja, ich weiß. Du kannst mich nicht von meinem Weg, vile Mutant. Ophelia? Wir hören uns auf der Box. Sind Sie okay? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was in diesem Ort. Keep your eyes open and your waist sharp. Ich bin gut. Nein, meine Güte. Also manchmal ist das echt ein bisschen creepy. Da oben kamen sie doch auch, oder? Ja, da gibt sie ja. So, Achtung Kühle durchbrochen. Wohl bestätigte, aber Zugang überfahren ist eigentlich falsch. Ja, ja, bla bla bla. Oder kann ich Lichter kaputt machen? Vielleicht wieder Kettchen? Hä? Auch nicht. Schauen wir mal. Achso. Achso. Okay, das war der Warnhinweis. Natürlich nicht. Also manchmal verstehe ich es nicht. Ich weiß nicht, was... Jetzt, komm. Oh, erstmal ein bisschen beruhigen hier. Jetzt habe ich das jetzt geschafft. Hoffentlich muss ich da nicht nochmal durch. Boah! Alter! Wieder so ein Rhino! Boah! Boah! Mit Lasern! Bläser sind doch so... 39. Das ist ja tausend, ey! Hat ihm das keiner gesagt? Ja! Sooo! Tipp, 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 tipp! Tipp, tipp, tipp! Tipp, tipp, tipp! Tipp! Tipp, tipp, tipp! Will ich das? Können Sie mal mit dem Flammenwerfer probieren. Ja. Die, die, die? Ist er unten einer, oder was? Ist er gerade einer hochgesprungen? Ich weiß doch, dass ich gleich gegen den kämpfen muss. Wo ist er? Ach da! Arschkeks! Warum dürfen wir jetzt weg? Ah! Die Schauung ist manchmal echt gewöhnungsbedürftig. Das muss ich echt zugeben. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. den Julius. Schön, ein Chaos, wenn wir ihn mit dem Kettenschwenk niederstrecken. Da lacht das Herz. Oh, Stier. Mir fehlt auch so ein bisschen dieses Surround-Sound. Ich denke mal, sie stehen hinter mir, wenn die labern. Tun sie aber nicht. Entschuldigung, Bäuerchen. Ah, dass schon wieder fürchterlich ist. Ich sehe es schon gleich wieder kommen. Keine Munition, sie hat schon wenig Munition. Ich muss jetzt ein bisschen mit dem Kettenschwert machen. Sehr gerne, aber manchmal bin ich auch blind wie die Nacht. Okay. Scheiße, da kommt wieder ein Chaos, Marine. Ah, wo kamst du denn weg? Mein Gott, ey. Der hat mich jetzt überschrocken. Wo ist er? Ach, wo kommst du denn weg? Ah. Hat sich doch... Ich glaube, die Waffen schleichen sich aber auch an. Boah. Ich nehme mir noch ein bisschen Flammenwerfer, wenn die Räume weiter so eng bleiben. Da muss ich hier irgendwas tun. Diese ganzen schleimigen Geräusche. Ah, ja. Ach, da liegt ja auch noch was. Zack. So, öffnen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Den Grunden Gemelter habe ich schon ewig nicht mehr gefunden. Keine Uns... Ah, verstehe. auf dem oberen ende des aufzugsschafs sage ich alle nichts gutes oh dann nehme ich den bolter was ist da mit Raub? nix, oh ich wusste doch, da schleimt was ratzfatz rüber ach, wo kommst du denn weg? du hunderschweckst ach, diese chaos marines Ich will das gute Kettenschwert behalten. Sollte hinten noch was fallen lassen? Ja, sie haben wie ein altes Modem hier. Oh, das werde ich fast verpasst hier. Dann fahren wir jetzt mal nach oben. Der Sound ist immer zu spät, das liegt hier in der Aufnahme, das ist so. Habe ich da wirklich Lust zu? Ich werde mich nicht verraten. Ich werde mich nicht verraten. Oh ja, alles für den Dackel, alles für den Imperator. Alles sehr verdächtig hier. Alles sehr, sehr verdächtig. Laser brauche ich nicht. Ich will keinen Laser. Das finde ich. Ist hier alles verdammt ruhig. Und wo? Ach da. Ah, du alte kleine Drecksor. Genau. Das sieht doch gut aus der Ebene. Das mache ich kaputt. Das könnte gut sein. Ach, wieder so eine Drecksau. Was mache ich denn auf der anderen Seite? Da muss ich doch auch einmal gerade gucken. Irgendwas habe ich doch bestimmt übersehen. Können wir noch erzählen, was er wollte. Wir gehen jetzt aber nicht weiter. Wir gehen jetzt auf die richtige Richtung. Das ist es. Das ist es. Ich habe zwei mehr zu tun. Errethes bringt meine Heilung, Sistel. Und wer in seinem Namen ist Salvation. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Ah. Ein bisschen Kettenschwert. Ein normaler Schwert mal. Irgendwann ist es aber.. Irgendwann ist aber auch hier Sense. Ne. 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 Gute 80er Mode. Ne. 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 Na, guck an. Tippe mal darauf, dass ich das auch kaputt machen muss. Irgendwo ne Falle? Sieht nicht so aus. Scheiße, hätte ich die Sicherung mitnehmen wollen. Das ist jetzt schlecht. Wo bist du denn? Hä? Wo lacht er sich denn kaputt? Wo ist er denn? Na ja, wenn ich will, der hat ja eigentlich schon. Ja Bruder, wo ist denn mein alter Bruder, ach guck an, ja aber wäre schön wenn ich mal wissen würde welcher. Ich höre hier immer nur ha-ha-ha-ha. Was sind das eigentlich für blöde Sprüche? Hier ist immer nur die Imperator die herrschende Vormacht, oder? Aber nicht wenn der Imperator das verhindern kann. Das heißt, er kann den Imperator, wird es verhindern. Okay. Ah! Boah! 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 Liegst du? Bricksack! Ist ja hier überhaupt durchpasst durch die Tür, dieses Viertelvieh. Als weißt du, wie es vorher war. Oh! Oh! Neh! Ah, ich hab gest.. Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, wo ist denn der Heretiker? Oh, wo ist denn der Heretiker? Bitte, kleine Drecksau. Dicht, dicht, reli. Okay. Na, hab ich's aktiviert? Krieg ich kein Feedback. Hm, wohl nicht. Oh! Alter! Wieso ist das denn empty? Brauche ich meine Waffe? Ach, da! Das hat mich jetzt an... Alter, nicht schon wieder so eine Drecksau. Hat der einen Flammenwerfer? Nee, ich dachte gerade. Ah, von hinten! Mann, Mann! Und deine Schwester? Keine Tränschen. Ich verstehe. Wir müssen weitergehen, wie wir uns nicht mehr haben. Es gibt Gefühle von einem alten Monastery in diesem Welt, von zurück vor der Angerbein-Krusade. zurück zu mehr Ruinen. Wir müssen... Hm. Schade. Ich hätte es ja gerne noch mitgekriegt. Okay. Dann mache ich hier mal einen kleinen Cut. Wau ein wenig Spannung auf. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim Psioniker, würde ich sagen. Hm? Ist das ein Deal? Ich finde, das ist ein guter Deal. Okay. Dann sage ich jetzt einmal... Tschüss! Und wir sehen uns bei der Psioniker. Adios!